Heute habe ich eine kurze Vorschau auf das neue Buch Vegetarische Gerichte aus der Heißluftfortöse und wir blättern mal kurz durch das Buch. Ja, also hier vorne im Inhaltsverzeichnis die kompletten Rezepte, die es alles gibt, aufgeschlüsselt einzeln. Dann mal noch eine Erklärung zu der vegetarischen Ernährung, denn zu der Heißluftfortöse noch etwas. Ja, die Grundlagen der Heißluftfortöse kurz mal erklärt. Aber nicht allzu viel auch. Dann geht es schon los mit dem Vorspann, welche Rezepte alles in der Heißluftfortöse vegetarisch möglich sind. Ja, und dann die Vorteile noch mal kurz erklärt. Ich plättere jetzt mal ein bisschen schneller durch jetzt hier, weil es geht ja nur um eine Vorschau, eine kurze. Und hier geht es dann schon mit den Rezepten, mit den Gerichten los. So wie es gewohnt ist von meinen Büchern inzwischen oben. Entsprechend das Gericht dargestellt. Auf der linken Seite daneben waren die einzelnen Zutaten, die benötigt werden, und darunter die genaue Anleitung. Mal kurz durch ein paar Rezepte schnell geblättert. Aber das ist so mal grob die erste Ansicht, wie das neue Buch wird. Ja, und Ende des Monats ist das Buch garantiert fertig, und dann können Sie auch wieder das Buch erwerben. Erwerben.